Hi, was geht ab? Schau dir dieses Video an, wenn es heute ist. Wenn du dir also hier das Video anschaust, und es heute ist, ist es heute. Das hast du toll gemacht. Du bist noch in der Zeit. Wer nicht mit dem zufrieden ist, was er hat, wäre auch nicht mit dem zufrieden, was er haben möchte. Ich werde dir in diesem Video ein paar Aufgaben stellen, die du lösen sollst. Bist du bereit? Danke. Ich liebe deinen Atem. Level 1. Errate das Wort. Like das Video, wenn du es gelöst hast. Level 2. Finde das versteckte Wort. Abonniere den Kanal, wenn du auch diese Aufgabe gelöst hast. Level 3. Das schwierigste Level. Finde alle drei kleinen Diamanten, die ich im Video versteckt habe. Spule ruhig zurück. Schreib mir in die Kommentare, ob du es geschafft hast. Tschüss.